Was soll denn da kommen? Ich dachte da einen Kicken, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir schon mal von die Gehose. Weißt du, die Regie zu drüben? Alles ist ein WV-Schiss hier, das soll gar nichts wissen, was ich will. Das kann funktionieren. Was ist denn mit mir? Ich bin mir aufgestellt. Ich bin mir aufgestellt. Ich bin mir aufgestellt. Dann werfen wir einen, beim anderen machen wir einen. Ganz wichtig, kein Abseits. Ich erinnere mich an das letzte Turnier. Ich habe mich gefreut, jemanden ins Abseits gestellt zu haben. Und dann hat man mir mitgeteilt. Vollidiot. Kleinfeld. Klappt. Also das geht sozusagen. Ich habe eigentlich jedenfalls den Kopf gemacht. Ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Einladung an alle Geschichten. Also noch mal der Hinweis, mein Fehler ist kein Einwerfen, ein Hicken. Mein Fehler. Ein Hicken. Ein Hicken. Muss ich ja regeln. Sind die saurecks da? Ja, also ein. Ein Hicken, ein Laufen. Ein Hicken. Das war's für heute. Alter, das haben wir ja ins Knie. Ja, ja. Also fliegt es auf jeden Fall. Kommt ja reichst du, oder? Ja, ja. Echt? Servus, gell? Marc, Timo. Hi, Marc, Timo. Alles gut. Wir sind ja alle auf. Bist du lang leider auch. Du bist einzig in der Kenne und du bist spät. Und Organisator. Und Organisator. Und Organisator. Sag mal, was ich mir jetzt gut finde? Wir haben Nass hier. Tja. Jetzt müssen wir hier die Wörter ausziehen. Tja. Wir Weicheier. Das Weicheier. Wir kommen da auch in Schaaf noch. Ich hab meine Farbe und meine langen Haare. Ja, ich hab meine extra Haare. Bis in die Zukunft. Ich hab die Stolten Wunderband verbunden. Mieten. Ja. 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 Bureichier. Hey, ich komm morgen, da stunden mal Kieber in Ordnung zu. Nee, полver so eine Auge, in die wir jetzt nicht besucht werden sollen, dass nicht der FlussENE das ist. GEM WUR verstehe. Der gewünschte Ersatz-Torwart hat auch mal gewünscht. Der fliegt Applausen gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber im Fitnesszustand verlänglich bei mir oder bei allem. Bis auf eine Hitze. Joggen kann ich nicht, aber halt nicht. Joggen kann ich nicht. Gegen wen spielen wir? So ist er wahrscheinlich echt zufrieden. Jetzt kannst du mal... Rütteln-Puppe-Grühen. Ich wollte jetzt mal in der Augen. Komm mal mal, lass dich auf. Ich hab da ein bisschen Dröhneln. Komm mal, lass dich auf! Komm mal, lass dich auf! Wir reißen wahrscheinlich nur so in Wirklichkeit, sind es die vier alten Profis. Karl-Heinz-Ferstörer, 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 Karl-Heinz-Ferstörer. Weider! Der Olli steht zurück. Heinz-Ferstörer, Karl-Heinz-Ferstörer, Karl-Heinz-Ferstörer. Was kann man kennen? Ich hab' nicht angerufen. Hm, der Bo sendo mich nicht kein E correcter. Ich komm mal. dat wird im Leben welches Unfallung paperer geführt. Mit zwei rechnen ich mindestens noch. Bestfalle mit drei. Was? Was ist Alex? Keine Ahnung. Tor vor. 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 Wenn wir das Smartphone hier hatten, hat er jetzt hier gesagt, ich meine, komm jetzt anrufen, da hab ich gesagt, das kannst du nicht machen. Wenn ihr unsere Leute seht. Es läuft so, jetzt sind gar keine Leute von uns da. Außer mir. Hier hinten, was braucht ihr für Größen? Also, die fallen ziemlich schmal aus und die haben einen sehr engen Pfeil. Das sind verschiedene Größen. Hier hatte ich gerade ein L. Nummer 12. Hast du eine andere Nummer? Na klar. Elf ist Größe. Elf ist geil, das finde ich nicht so. S. Wir haben ja noch ein paar. Wieso haben wir so viele S? Kein einziger wird uns einfallen. Wir haben jetzt elf, hoffzehn. Wir sind auch noch kleiner. Wir versuchen mal ein L, dann wissen wir auch schon mal, wie wir sie verteilen. Was hast du denn? Ich hab, ich weiß nicht was. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab, wir zumindest schon mal zu sechsten. Also hier ist jetzt grad die Fünfte. Also hier hat ich jetzt grad die Fünfte. Das sind Parma. So, guten Morgen.